Ist ein Wohnungstausch legal? Diese Frage wird tatsächlich sehr, sehr häufig gestellt, denn viele wissen die Antwort nicht. Ein Wohnungstausch ist rechtens unlegal. Ihr müsst aber beide Parteien, also beide Tauschparteien, müssen darauf achten, dass sie vorher die Vermieter fragen. Und wenn diese das erlauben, dann sollte das Problem bloß funktionieren.